Ah, und die hauen sich doch gegenseitig? Cool. Ja, nicht mich. Gegenseitig sollt ihr euch hauen. Ne, der hat einen Pfeil im Rücken stecken. Sehr lustig. Der müsste sogar zwei drin stecken haben. Halt die Klappe. So. Wunderbar. Ich ess mal schnell was und ich trink mal schnell was. Eat und drink. So. Es müsste jetzt langsam auch mal wieder Tag werden hier. Wäre ganz nett hier. Ja. So. Ach, und das Rode, das sind einfach nur Büsche, die scheinbar ganz schön weit leuchten. Oh, die haben keine Sticks drin. Verdammt. Ach so. Ah, hier habe ich zwei Sticks. Yeah. Natürlich auch wieder nirgends hoch hier. Natürlich nicht. Wäre auch noch schöner. Cover den Blatt. Ja, ist klar. Na, na, komm. Was ist hier noch? Bitte? Ach, weil er fast hoch ist, aber nicht ganz. Ach so. Wäre natürlich auch lustig, sich ein Haus an so einer Kante zu bauen. Da können sie einen von der Seite auf jeden Fall nicht angreifen. Ja. Aber vielleicht springen sie dann von oben runter oder so. Nee, nee. Ich meine, wenn du das Haus oben baust. Ach so. Ja. Das stimmt. Ich meine, wir hatten es ja schon mal fast so ähnlich zumindest. Mhm. Haben halt eine Treppe hingebaut. Ja. Das war dumm. Naja, eigentlich nicht, aber es hat halt das Ganze wieder relativiert. Das stimmt. Oh, und hier liegen viele Pakete. Mit Mikroplatinen. Oh. Guten Gigabyte Mainboards. Die mir aber nicht wirklich helfen. So, was ist denn jetzt hier mit dem Tag? Jetzt hat es echt mal Zeit. Mann. Oh, fuck. Ich glaube, mir ist wirklich kalt. Oh, das ist schlecht. Ja. Der hat sich gerade schon ein bisschen Schmerz dazu gefügt. Na dann bewegen. Und ein Feuer hin machen. Ja. Oh, geil. Kann man auf dem Hausboot ein Feuer bauen? Hm. Ich schau mal. Nein. Natürlich nicht. Also auf dem Large Raft meinst du? Ja. Oh, doch. Das geht. Oh. Das geht. Ich baue mal ein CR. Hä? Warum kann ich hier ein Feuer bauen, aber keine... Keine... Äh... Sleeping Lock Dings... Was ist denn? Hunting Shelter. Mach ich denn das jetzt? Hierher. Äh... Hast du vier Sticks? Ich habe momentan 14. 14? Sehr gut. Ich probiere jetzt... Ich bin gerade am Zurücklaufen. Nee, aber Hunting Shelter geht tatsächlich nicht. Den möchte er immer am Boden unten bauen. Das ist blöd. Mist. Ja. So. Fertig. Fertig? Kein... Äh... Kein Platz für Sticks mehr. Achso. Oh, ich war schon wieder angegriffen hier. Ich eile. Kein Problem mit... Das Problem ist, äh... Ich sehe es ja nicht. Das ist auch blöd. Aua. Aua. Ich brech mir jetzt wahrscheinlich alles, wenn ich hier runterrutsche. Bitte? Ich brech mir jetzt wahrscheinlich alles, wenn ich hier versuche runterzurutschen. Ja, aber pass auf, auf der nächsten Etage, da sind sie. Hm, ich merke schon. Ja, und ich weiß jetzt auch, an was mich die Lache dieser Eingeborenen immer erinnert. Kennst du die Serie Vikings? Ähm, hab ich mal gesehen, ja. Ähm, erinnerst du dich da an Floki? Nee, getroffen. Hm, sagt mir jetzt nichts der Name. Das ist der Schiffsbauer von Ragnar Lottbrock. Lottbrock? Lottbrick? Lottbrock, glaube ich. Mhm. Ja, und der ist genauso crazy und lacht so. Cool. So, ich hab's jetzt irgendwie vertrieben mit dem einmal hier. Das ist, das ist sehr gut. Wobei, nee, da links, da drüben sind wir noch. Wo? Oder wieder. Ah. Ach, der, der Kumpel hat den Pfeil von mir drinnen. Ich verstehe. Äh, fuck. Wie viele sind das denn? Viele. Ja, und ich hab keine Energie. Im sechsten Mal schießen üben. Äh, ich glaub, wir reisen weiter. Ja, das werden wir eindeutig zu viele. Zwei, vier, sechs, acht. Acht oder neun, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Viele, viele, viele. Viel zu viele, viele. Ja, Pfeifen aufs Hausboot. Äh, ja, ich mach, äh, erst mal zumindest. Wir können's ja zu Not auch ein bisschen weiter drinnen bauen. Ähm. Bist du auch gut? Ja, jetzt schon, ja. Gut. Weil der kann mir nicht ziemlich nah ran. Ja, ich hab ihn gesehen, aber ich kann den, äh, Ruder-Ding wieder nicht greifen jetzt. Okay. So. Auf, 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 in neue Gefilde. Ja. Guck mal, ob er rumkommt. Ja, du musst das Feuer auch noch... Glaub mir fast nicht. Bitte? Ich glaub ja fast nicht, aber mal gucken. Ich glaub's auch nicht. Äh, du musst das Feuer auf jeden Fall noch fertig bauen dann demnächst. Ähm, ja, Moment. So oben? Nee, da vorne. Erledigt. Sehr gut. Ich hab jetzt natürlich zu unserem Erfolg hier rein gar nix beitragen können. Ah, da vorne sieht's geil aus. Ähm, am Strand entlang, da ist auf jeden Fall keine so, so, so ne Klippe, sondern da geht's einfach schräg hoch, da könnten wir Bäume abholzen. Probieren. Mal gucken, wo die Einbewohner, äh, Dinger, Viecher sind. Notfalls lassen wir das Boot ein bisschen weiter weg und beschießen sie mit Pfeilen. Ja. Ja, richtig. Und da sind überall so rote Büsche. Was, sind die was Besonderes eigentlich? Na, da, ne? Keine Ahnung. Hab's jetzt noch nicht versucht zu ernten, aber kann man ja auch mal versuchen. Ja. Ja, also es gibt halt Blätter. Mhm. Äh, sie rennen genau dahin, wo wir eigentlich gerade hinwollen. Wird schon. Und zwar alle. Lass mal sie mal kurz. Lass mal sie mal kurz vorbei. Tüdeln. Einer kommt zurück. Ja. Oh, die kommen alle zurück. Und die kommen alle zurück. Aber sie kommen nicht zu uns her. Ah, da kommen noch mehr. Na gut, dann, äh, machen wir einen Try, oder? Probieren wir es einfach mal. Machen wir einen Try. Jo. So, wo habe ich die Fellachst hier? So, da gibt's hier hoffentlich auch Sticks. Du hast noch voll mit Sticks, hast du gesagt, ne? Ach, Mist, ja, ich hätte noch kurz mich... Ja, komm, mach doch, mach doch, wenn du, mach doch, wenn du die nächsten Locks runterträgst. Nö, ich will ja wieder sammeln. Ach so. Ja. Argument. So, wo haben wir schon mal angefangen, den da hinten? Bitte? Ja, den da hinten hat man angefangen. Ah, ich war schon wieder angegriffen. Oh, alter Latz. Komm zu mir, ich rette dir. Aua. Du bist mir nass. Ah, es sind schon wieder so viele. Aua. Oh, ich bin bewusstlos. Kannst du... Kannst du mir kurz, äh, Beistand geben? Du. Würde ich aufheben? Kann ich nicht. Du kannst nichts tun für mich? Nee, tut, tut. Du liegst bei mir nicht am Boden. Ach so. Okay, ich war gar nicht bewusstlos. Mein Fehler, Entschuldigung. Schnell, Madison. Ah, fuck, mir fehlt. So viele. Au. Bitte? So viele. Ja. Komm zurück aufs Boot und vom Boot aus bekämpfen, oder? Von links kommen auch nochmal neun Stück, oder so. Uff. Alter Schwede, hey. Aber das gibt Knochen, wenn wir das haben. Ja. Genau da stehen bleiben. Guter Junge. Nein, jetzt hat er sich bewegt, der Sack. So. Number Uno ist down. Der rennt davon. So, komm her. Sehr gut. Down. Guck mal, ob ich die Pfeile von dem schon wieder rauskomme. Ja, ich muss mir auch unbedingt wieder Pfeile holen, weil so viele habe ich leider nicht. So, ich glaube, da oben müsste auch noch irgendwo einer liegen, oder? Mh. Mh. So, hier. Ne, das ist nur Dreck. Hier liegt einer. Oh, der hat auch noch ein paar Pfeile drin. Also, ich habe jetzt noch 34. Pfeile. Ja. Ja, sehr gut. Der eine hier ist ja ulkig, der schwebt in der Luft. Sehr lustig. Ist das irgendwie eine Ureinwohnerstellung hier, oder? Sieht interessant aus, auf jeden Fall. Und da muss ich sagen, nervt mich das Motion Blur tatsächlich. Du kannst nicht nahe rangehen und noch was erkennen. Mh. Ah, Vorsicht, du warst gleich angegriffen. Mh. Der kommt eher in deine Richtung. Noch einer. Oh, das sind wieder fünf. Gewächter hat. Sehr gut. Sehr gut. Zum Boot. Der ist down. Gut. Trage ich gleich runter. Äh, wo waren die da? Da hinten kommt noch mal einer angehobbelt. Oh, kommt dran. Die sehen irgendwie vergammelt aus. Ich bin drei Tage alt, die Kollegen. Naja. Gut abgehangen. Alter, das gibt einen ganz schönen Knochenberg hier. Da müssen wir uns dann unbedingt Knochenrüstung bauen, weil sonst haben wir keinen Platz für die ganzen, äh, Knöchlein. Ja, ich habe mich auch schon einiges an Rüstung verloren, so ist es nicht. Ja, ich habe gar keine mehr. Ah, gestehe. Ich war ja auch kurz vor, kurz vor knapp down. So, nehme ich gleich mal wieder ein paar Sticks mit. Ich höre sie schon wieder. Ich will jetzt doch bitte erstmal mich von der Sticks kriegen hier. Es kann auch nicht so schwer sein, uns mal fünf Minuten in Ruhe zu lassen. Ja, die wollen doch nur spielen. Hm, ich spiele denen auch gleich was vor, du. Das ist wie mit Hunden. Nur, dass ein Hund irgendwann Ruhe gibt. Die hier gar nicht. Ja, da sind sie schon wieder. Ja, ich habe, oh Gott, ich habe nur acht Sticks. Ich bin wenigstens voll mit Sticks jetzt. Sehr gut. Sind da noch irgendwo welche zum Farmen? Sticks, ja. Wo ist unser Freund jetzt hin? Ah. Fuck. Komm runter jetzt, du Lümmel. Pfeil verschossen. Der ist jetzt irgendwo in den Tiefen des Steines. Hau doch ab. Pfeil. Echt wahr, ey. Oh Gott, der Vogel hat sich gerade angehört wie eine Busch-Trommel. Ich dachte schon, da gibt es ein neues Feature. Dumm, 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 dumm. Das wäre aber tatsächlich auch richtig geil, wenn die tatsächlich so Busch-Trommel-mäßig angerückt kämen. Äh, Spiel ist down. Och, nö. Ja. Glaube ich zumindest. Ja, Post-Modelspawning auf dem Eno. Ja. Ja. Ahem. Vielen Dank.